Für mich persönlich ein sehr aufregender Moment. Ich denke, das Spiel werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dann haben wir auch noch in letzter Minute 2-1 gewonnen. Ich denke, da passte alles zusammen. Es war ein schönes Gefühl für die Nationalmannschaft im Stadion, das erste Mal auf dem Platz zu stehen.